Mein Bereich ist die Kreation, also ich bin Kreativgeschäftsführer, bin also zuständig für die Konzepte und versuche über alle Filme drüber zu schauen und das Qualitätsniveau möglichst hoch zu halten. Meine Stärke, würde ich sagen, ist die Tatsache, dass ich gut raushören kann, was der Kunde eigentlich möchte und das dann übersetzt in Film. Wir sind absolute Experten für das Thema Bewegtbild, das ist das Light-Medium schlechthin. Daraus ergibt sich für uns auch in letzter Zeit häufiger die Aufgabenstellung, dass wir unsere Produkte auf alle möglichen Kanäle transportieren müssen, nicht nur TV, sondern auch online spielt natürlich jetzt gerade die Hauptrolle, mobile. Das heißt, wir müssen unsere Konzepte so aufsetzen, dass wir alle Kanäle bedienen können und wir müssen immer berücksichtigen, dass das Thema Print relevanter wird. Wir oft Ableitungen haben, in dem Print-Bereich. Gutes Beispiel, Mercedes-Benz. Die Oil-Kampagne, die wir da gemacht haben, haben wir in der Hauptsache die Filme produziert, aber auch Prints abgeleitet. Das Gleiche machen wir für andere Kunden, wo diese Themen ein bisschen verschwimmen. Nichtsdestotrotz sind wir klare Experten für das Thema Bewegtbild und sehen da unseren Fokus. Sehr interessantes Thema, was wir in letzter Zeit häufig begleiten können für unsere Kunden, sind Keynotes. Also alles, was mit interner Kommunikation zu tun hat. Manchmal gehen die auch mal extern. Ein gutes Beispiel ist die Keynote von Dr. Ottenberg von der BSH Bosch-Siemens-Rausgeräte zur Eröffnung der IFA 2016. Also unser Claim oder unser Anspruch in unserer Arbeit ist Solutions Beyond the Ordinary. Was verbirgt sich dahinter? Die Solution, das ist für uns immer ein Konzept. Also ich bin fest davon überzeugt, dass nur ein sehr gutes Konzept auch zu einem sehr guten Film führen kann. Wir brauchen dann aber auch starke Bilder, also eine sehr gute Kreation, die dann dieses Konzept auch umsetzt. Ich bin zwar für die Kreation zuständig, ich bin mir aber dessen bewusst, dass die Abwicklung genauso wichtig ist. Und auch als Kreativer spielt es eine Rolle, wenn du weißt, du hast ein Team um dich herum, was dich bei deiner Arbeit stützt.